Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video, GTA 5. Das werde ich manchmal bringen, ich weiß nicht. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, soll ich GTA 5 immer bringen oder so. Ich bin an Anime Worldwide Bike Kratos. Der Fack, Alter, das Fack passt ja richtig da rein, man sieht ja gar nichts, aber nicht. Ich nehme mich einfach mal hier umgereiht, alter Schatten, was er behindert hat. Er ist oben nicht genau. Und dann facken, süßlich. Na, dann würde ich jetzt schon. Lächste. Alles klar. Wie geht das bitte? Das habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Hey du Drecksau. Schwer du Penner. Genau vom Funker dreht du richtig auseinander. Kommt auch Drecksau. Nein. Ja, Bitch. Das ist geil. Das heißt, du bist so behindert hinaus zu fahren. Ja, ich bin zweiter. Ja, ihr Bitches. Was meinst du? Oh mein Gott, das war richtig. Ja, ich habe ihn getötet. Bitch. Ah, scheiße. Ich will die Hapfen. Nein. Gerade hatte ich die Hapfen. Und jetzt. Endlich. Der war dein Ernst. Ich habe Schuchter. Ja. 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 Jetzt geht es nach oben. Ja. 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 Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich grünes Dings habe. Ich habe einfach irgendeinen. Ja. Ich habe wieder einen. Ja. Ich habe wieder einen. Du bist. Ja. Ich habe wieder einen. Haufe. Drecksau. Alter. Das pick ich alle aus. Mann. Du Drecksau. Piss dich. Ja. First try, Bitches. Alter. Das wäre ja richtig easy. das wäre sogar easy peasy alter bin ich erster kommt ja erster juhu erster bitch ich bin sogar erster mann gut bin ich einfach first try okay sie kommt ja 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 und auch ja Ich fahr jetzt da. Eins, zwei, drei. Fuck! Du, Dreckzau! Nein! Nein, Dreckzau! Geh nach Hause! Oh mein Gott! So ein Penner! Sprengt mich einfach vor den Punkt! Alter! Als erster Scheiße, jetzt spreng ich ihn weg! Fick ihn jetzt auseinander! Was war das schon wieder? Oh, geiler Stunt, man! Alles klar! So der geilste Stunt ever, man! Ja, komm, fahr doch schneller! Wo ist der Penner? Ich will ihn umbringen! Er hat mich rauchen, wenn er nicht drückt sein kann! Das war schick! Komm, explodier jetzt nicht! Alter, dreh dich um! Schneller! Ich will ihn noch einholen! Alter, wie fat! Er hat grad einfach schon jetzt... Ja! Ja, das sind Minen! Dieser Wichser! Ja, das sind Minen! Dieser Wichser! Ja! Gar nicht! Wer wird das schaffen lassen? Weiß man noch nicht! Komm! Ja! Nein! Ich fahr nicht! Ich fahr wie eine Leberwurst heute! Nein! Da! Flach hat's geschaut! Nein! Ich fahr... Nein! Ich fahr... Ich fahr ja im Behinderter als... Diese Drecksache! Ja komm! Ich freu mich! Nein! Jetzt muss ich Whispern, Alter! Das wäre der behindertste... Try ever! Alter! Ja! Piss dich! Alter! Alter! Drecksau! Wegen dir! Alter Korn! Und die Wand, du Leberwurst! Nein! Fahr weg! Scheiß Leberwurst! Ja! Fahr doch weg! Du Dreck-Sau! Du Umsohn! Nein! Nein! Wieso überschlägst du dich denn? Dumm Kopf, Alter! Wie dumm kann man denn sein, Alter! Wie dumm kann man denn sein, Alter! Man überschlägt sich einfach! Warte, was wird das grad alles klappen?! Warte, was wird das grad alles klappen?! Damit das nicht dumm klappen! Ach man, der hat's geschafft, dieser Wichser! Nein, 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 nein. Bitte verlier nicht. Nein! Fuck you, Alter. Ha, bitch. Ja, bitte. Schwer, wenn ich jetzt nicht schaue. Nee, doch egal. Dann kriege ich noch ein zweites Reck. Ja, komm. Jetzt. Second Strike. Fuck, fuck, fuck. Was war das schon wieder? Digga, nein, ernst. Alter, fast schneller. Alter, wie fahre ich denn? Oder wie fahre ich denn? Oder wie fahre ich denn? Mein Gott. Nein, nein, überschlägt dich nicht. Du Penner. Komm. Komm. Ja, nein. Du Penner. Komm. Komm. Ja, nein. Du Scheißwornsohn. So wichtig kann man auch sein. Ach, sicher. Guck. Guck dir das an. Fast 420. Nein, ich werde es sicher nicht schaffen. Es ist ja richtig schwer, dieses Reck. Ich dachte, dass... Alter. Ja, jetzt fick ich ja. Nein. Oops. Schöp dir das auf mein Arm. Announced. Du Penner. Du Penner. Du Penner. Jetzt was denn, ha? Oh, zum Penner. Geh mir doch nicht auf die Nerven. Ja, das ist nur... Mann, ich überschläge mich schon. Wo kann ich bitte Waffen wechseln? Ja, alles klar. Ja. Jetzt fick ich euch alle. Ah. Scheiße. Wack, wack, wack. Jetzt fick ich euch alle. Jetzt darf ich eigentlich nicht. Ah. Nein. Nein. Nein, du Scheiße. Du. Nein, ich hab selbst noch die ganze Richtung Kopf. Alter. Jetzt mach ich nicht mehr, sonst werd ich gefickt. Das ist richtig. Das stell ich auf. Ja. Ja, danke für das. Speed. Nein. Scheiße. Fuck. Fuck. So ein. Dreck. Nein, Alter. Haha. Ich und er sind ja richtig scheiße. Ha. Nein. Mach keinen Überschlag, du Dreckzau. Mach keinen Überschlag, du Dreckzau. Nö, du denkst dich doch, komm ich mach den Überschlag. Fick meine Eier. Ja. Fick mich. Fick dich doch, der Welt. Wie schwer ist denn dieses Dreck? Ich hab gedacht, das ist so wiesig, aber bei dem Ernachsland, ich darf sie freuen. Ich darf sie freuen. Ich darf sie freuen. Aber jetzt überdreht, dass ich dieser Turm so... Oh mein Gott. Ja. Ja, komm gib mir. Gib mir. Ja. Nein. Mann, du Penner! Scheiße, Penner! Nein. Mann, was überschlägst du dich doch? Was? 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 Ich weiß schon jetzt... Diese erste Folge, die ich schon jetzt bin. Na? Überdreh dich doch nicht. Ja. Schon geht's doch. Der Streng ist raus. Na gewollt... Alter! Das behindertste Rennen ever, man! Nie beendet! Alter! So richtig behindert die erste Folge! Soll ich noch eine Runde hinten dran hängen? Ach komm, noch eine Runde! Na komm! Na komm! Na die Schuhe gerne, aber... Ich hab die gerne! Ich hab die Schuhe! 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 Was ist denn? Das dann. Markiert. Das wird durch den Schiffen. Und Teile mehr. Das wird wieder einmal machen. Nächster. Das kommt schon. Egal. Sollen wir es alleine machen oder? Oh, das geht gar nicht. Sollen wir es sprengen? Was ist denn? Wer ist bitte online von meinem Freund ein Stück getroffen? Na, nur einer. Dein Ernst. Alles klar. Den tue ich einladen. Was ist das erste Level 3 und hat schon so gut gemacht? Hey, wieso kann ich ihn nicht einladen? Dein Ernst. Dein Ernst. Dein Ernst. Dass ihr noch behindert habt. Dein Ernst. Das ist voll easy, dass man seinen Körper wegbekommt. Das werde ich auch mal tutorial machen oder so. Du, 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 du. Du, 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 du. Sie konnten halt nur in den eigenen Lieblingsúte aus Gewinheim springen. Du, 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 du. Alles klappt. So ich starte, ich starte einfach. Sie fliegen einfach durch die Nähe. Ich gebe mein ganzes Geld aus. Und habe ich schon. Alles. Guck mal, wir fliegen nach unten. Der beste Porn ever. Auch das Porn erstmal. Hier. Wir müssen in Weespawn. Ich glaube wir müssen in Weespawn. Yep, wir müssen in Weespawn. Yep, wir müssen in Weespawn. Alter, das ist ja richtig leicht. Haps. Alter, das war richtig easy. Guck, wir fliegen jetzt unter dem Meer. Haps. 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 Nein, jetzt bin ich... Mann! Guckt's! Einfach da da! Und tschüss! Ja! Das wär's dir immer mal! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt's einen Daumen nach oben und abonniert mich und ein Kommentar wäre nett! Tschau Leute!